Guck mal, du kriegst von mir... 40. Ich dachte mir schon, what the fuck, was das ist für ein Drecksfuck, Alter. Alles klar. Fuck! Ich heil mich mal kurz. Ich hab vorhin extra nachgeguckt, der hat mir so, ey cool, die sind glaub ich noch drin. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge H1, nein, zu einer ersten Folge H1, als King of the Kill zusammen mit Stein im Duo. Wir hatten hiervon bestimmt schon so 30 Folge aufgenommen, weil wir alle damals noch mal alles fest, weil die kaputt ist. Und deswegen ist es jetzt für euch die erste Folge. Wir hatten sogar bei einer Runde gewonnen und aufgenommen. Übrigens jetzt so weit, ähm, weiß ich sogar, dass der Bogen doch gar nicht so scheiße ist. Ich meine, hallo, du kannst Explosionspfeile machen, Alter. Und Feuerpfeile. Nein. Doch mal geil. Ja. Christiane Tipps leise. Und dort, direkt unter uns, direkt unter uns. Äh, das Gefängnis. Eigengezolltebräuch. Nordwesten. Oh nein, ich glaub ich dann außerhalb, oder? Na, ich leide außerhalb. Komm schon. Na, ich leide in der Halbe. Hahaha. Ja, ich auch. Boah. Profis am Berg. Ah, ah, ah. Okay, ich fall runter. Nice. Äh, wie kann man nochmal? Ah, ja, ja. Kann ich nochmal Sachen aufheben? Äh. Kann ich nochmal Sachen aufheben? Mit? Bei mir eh. Aber ich werde fucking schnell. Bei mir war es eh, ich habe es eh umgelegt. Hier ist wer bei mir. Aber ich habe eh alles umgelegt. Das ist schlecht. Aber ich habe eh alles umgelegt. Oh, ein Rucksack und ein Dingspump. Dingspump, weil es beschreibt, was es ist. Eben was umgelegt. Oh, da ist er. Habe ich gerade gesagt. Ja, ich weiß ja nicht, dass er direkt zu. Äh, das heißt ja nicht, dass er direkt zu mir kommt. Boah, ist mein AIM scheiße. Das Spiel hat safe was umgestellt bei mir. Es gab ein Update, glaube ich. Ich habe das Dings so krass umgelegt. Da kann man schlagen. Ja, stimmt. Man kann schlagen, ne? Fuck. Moment. Ja. Jetzt muss ich kaputt schlagen. Ich schlage uns kaputt. Lock den in meine Richtung. Ich kann nicht. Wir schlagen uns. Wir müssen doch langsam down sein. Ja, die sind zu zweit. Alles klar. Ey, Stein, mach was. Ja. Okay. Kühl. Machs. Aber ich glaube, das war der Lower. Ich glaube, das war der Lower. Achtung. Moment. Ich fauf weg. Damit du mich nicht triffst. Oh, nice. Nice one. Ich hab den Explosionsfass abgeschossen, Mann. Ja, Mann. Ich hab Profi in dem Spiel, Alter. Ja, Mann. Ich hab ein bisschen gezückt und trefft dann noch mit den Scheiß. Nein. 2 Kills. Easy. Nice, Stein. Die waren übrigens im neuen Moni. Ich hab den krassen Revolver aufgehoben. Wenn ich... Managier mich mal zweimal. Doch nicht, weil... Irgendwie hab ich bei Spielding doch nicht. Für die ganze Zeit. Ah, Ku war das ja, stimmt. Uh. Und Ku. So. Äh, ist ja safe, was bei meiner Maus umfällig halt umgestellt. Ich werd mal ganz kurz gucken. Ich konnte ja nicht so viel looten. Mhm. Ich hab das doch extra alles umgespielt. Oh, stimmt ja, das ist ja der. Ging das denn nochmal mit der, äh, Maus umstellen? Alter, hast du einen Rucksack zufälligerweise gefunden? Warte. Den Rucksack habe ich. Ja, hier lag so. Ich weiß nicht, ob ich hier noch leider lag. Ey, wo kann ich denn? Eh, Play? Fadenkreuz, 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 Fadenkreuz. Maus empfindlichkeit um. Zu krass. Oh. Vielleicht war ich auch damals die ganze Zeit einfach dran gewöhnt, so zu zieren. Aber irgendwie ging's gar nicht. Hey, die zählte zu? Wow. Die ganze Zeit war eine leere Zelt rum. Wenn du was für mich hast, ich hab gar nichts aus dem Rucksack. War keine Waffe. Ja, warte, du komm mal mehr. Ja. Hier war ich glaub außen rum. Hier war ich nicht noch was bestimmt. Äh, wie es gar nichts ist. Denk dran, T-Shirt und alles mit zu nehmen, zum zerreißen. Äh, und damit kannst du ja diese ultra krasse Paste machen, ne? Denk dran. Mit 10 Bandagen. Da ist erstmal ein Crossbook für dich. Ja, aber dafür hast du Instantil. Also, das ist ja besser als ein Medikit. Instantil. Deswegen. Ja, morgen. Das ist ein Bogen und so. Ja, ey, na. Okay, ich nehm lieber, ich nehm lieber den Bogen. Weil die Amos auch gar nicht so scheiße. Oh, jetzt hab ich den Modi rausgefuckt. Ist das ein Auto? Ist das ein Flugzeug? Ist das ein Flugzeug? Ja, na, 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 na. Ich hab aber kurz so'n... Boah, vielleicht ein Handy. Das war safe, das Geräusch, was im Spiel war. Boah! Ja, immer. Ja, klaro. Was braucht der 380er hier? Voll krass, dass ich dem wirklich länger gesetzt hab. Ey, jetzt sollten wir beide keinen 380er brauchen, die Penner. Scheißpistolen, ey. Soll dich mal hier robbel an anderen Sachen nehmen. Alter, ich hab grad zwei Leute alleine mit dem Revolver gegrillt. Jetzt sag mal nicht hier Scheiß. Nee, die soll sich aber mal... Den nehm ich gerne, weißt du denn? Revolver nehm ich gerne. Weil da ist ein Rucksack, du denn, du bist ein Futter. Ich hab doch niemals gesagt, dass hier kein Rucksack wäre. Ich hab doch gesagt, hier sind noch welche. Ja, Rucksack, orange. So. Ich glaub ich mach mir jetzt tatsächlich sogar erst mal ne Paste. Kann ich kurz zwei machen? Ich hab jetzt erst zwei. Hier ist noch ein Rucksack und Sneakers. Sneaky Sneaker. Ja, alle Pistole. Übrigens hab ich hier ein Military Packpack für mich. Für mich, ja. Danke für die. Ja, hier hab ich übrigens noch ein Military Packpack für mich. Wie macht man diese ultrakrasse Mega-Nubi-Taste? Ah, okay. Gart, nice. Äh, besser hätte ich den Bolli rausholen. Ah, die brauchen beide, okay. Brauchst du noch einen Rucksack, oder? Ähm, ich hab einen Military Backpack. Nur für Rüstung halt, ne? 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 Au, der Süden?! in frieden ich bin schon mega krass ausgerüstet nicht ja auch nicht mann ich habe nur scheiße aber egal ich habe so krassen crossbow damit kann ich voll weit snipen moment moment ich bin ja noch ein bisschen gewusst worden weil ich bin da ganz schön sagen wir es mal so mega weit von dir entfernten da war es bescheiden hier ist eine p380 und folge besser als gar nichts folge besser wird er wurde geschossen oder habe ich mich getäuscht ja ich habe auch nicht geschlossen job pro das feld wie sie läuft bei jetzt nicht mehr ist es weg wo ist das doch mit alt konnte ich umsehen wo sie das sind war immer noch rechts von uns das werden von uns weg alles stehen dahin machen lieber von stein zu stein ich glaube das feld ist halt krass nach südost die karte ganz nach südost gehen aber trotzdem von stein zu steigen nein okay und stein zu stein direct way warum sprittest du nicht wenn du penner und ich jetzt südost also sollte auch spritten dass du darauf drückt nach der runde bin ich dann kurz weg also aus dem internet wir kriegen den neuen roter stein die stadt die stadt schießt die stadt schießt das ist richtig stein ich habe dich über facebook markiert folgende person möchten 2017 schule jange weißt warum ich dich da markiert habe bei julian ja genau julian dach was folgende person möchten 2017 schwul werden und da steht julian dabei also julian viel spaß was machst du das ist aus südost stein müsste auch süd aus weil eigentlich kann man sich in einer nase ohne aufhören zu springen weiter hier ist ja richtig viel ich wusste gar nicht dass es hier so viel geben kann ja mal in manchen fabriken ist so richtig krass ich weiß aber hier ist aber eine artfabrik nikki sneakers hier ist ein military pack boah cool ist ein revolver jetzt voll viele und so von den dingern oh sneaker sind da sneaker ja sneaker boah voll geil noch mehr revolver muss ich ja ich habe auch sneaker meine sind meine sind die ultrawatering can of doom sneaker man isl aber red kennt sich mit den dingern aus wir sind zwei gestorben neun millimeter ich bin gerade einfach alles mit war an munition ob es schon kann ist ohne muni aber was tue ich dafür weg glaube ich den crossbow weg tschüss wir müssen los wir müssen los wir ja warte alles sie sieht besser polizeiauto die druck ich mich überhaupt noch mal eine taste ja ja bin gar nicht am looten da bist du hier kein feck nach hier ja bestimmt wird es echt noch langsam los das auto ich habe richtig krass ich muss ja was zeigen ich habe 90 schuss zurück der fährt zurück da ist alles easy nein der fährt zu uns er ist ausgestiegen jetzt ist er wieder eingestiegen nach kniebeugen er gibt es keine modes mehr ja wir sind im giftigen gas muss doch erst das medkit nehmen nimm das medkit nehmen dankeschön ey stein man muss doch die ganze zeit looten nein nein alles jahre mit einem gas ja nur weil der stein gut wurde und wieder bei der wüste hast du medkit genommen ja nein ich hätte ich bin der ist mit dem tüten füllen gebrochen ich renne schon mal raus natürlich das war ja ich renne da jetzt stehen ohne grund ja total der nebel wird klarer ja alles die sieben überhaupt nicht beim gas ist alles easy diese wie der nebel wird klarer woran siehst du das ist ja doch voll und so lass uns mit dem boot romantisch urlaub gehen ey cool wir sind die älter guck mal die neue safe zone ein alter die wollen dass wir hier bleiben ja man also ich sehe schon als sie wollen dass wir sterben ja oder das mein luft mein luft mein luft mein luft lass uns dort hinten in dem ganz kleinen häuschen einfach verstands wir haben shotguns ich hab ein bisschen money also ich hab gar keine money für die shotgun ja egal boah medkit alter boah das ist hier echt wie der erde auf himmeln nein fuck you fuck you alter komm ich hab gar keine waffe ja okay das wäre ihr lieber ich möchte aber mehr money für die scheiße haben ich hatte nicht mehr ja ich hab als ob man ja toll sechs schluss mit der shotgun egal egal ich bin ich lasse die vorlaufen weil du beschossen wirst ja ich wurde beschossen weil wenn du beschossen hast du ich dachte schon wo hier ist äh okay dass die maske oh mein gott eine maske hey du vergisst die ganze zeit die vergisst die ganze sagt ja nein sind keine schüsse du fährst ich ich will mit alle pistolen weg auf die eine er muss doch voll viel akarschüsse wenn ich habe ernsthaft sie alle mitgenommen nein ich habe einmal akarschüsse mitgenommen da die kombo besucht hier raus ich werde jetzt ein paar bandage kraften ist mit geht jetzt da drauf oder nicht schon hast du dachte was dachte ja 1 ich weiß ich habe doch gesagt die die selbst hat sich von uns herum gebildet man wollen aber dass wir überleben weil ich kann jetzt provisorische körper ist um wieso kannst du die machen weil ich das zeug dafür hatte ja warte ich bin überlegen noch ein blutstellungsmittel zu machen das blut und sofort steht du bist eine schnelle blut erinnern was denn wieso brauchen man überhaupt für drecksfeuerpfeile so viel jetzt wir rennen da rüber zur polizeistation ja alles klar wir brauchen ja shotgun muni auch dafür ne zum glück hatten wir jetzt keine mehr weil du mir alle gegeben hast warum renne ich eigentlich mit der pistole in der hand rum du sagst wir rennen rein und dann kommt von links und rechts äh ich will ich häng grad zwischen ja erst mal 10 schaden bekommen scheißspiel ich sehs grad so ey hier hängt das schaden bekommen ja von dem auto das steht weil es mit voller Wucht gegen gerannt nachts mit voller Wucht gegen gerannt hier ist DuckTap und Helm wuuu 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 Boom makeshift armor makeshift armor great again ja aber es ist nicht meine schicht oh wow oh f**k hier ist noch klar Julian ey cool ohne Munition aber jetzt ja haben wir schon was gedacht hier ist ne schaddi an wir nao nie sag nicht du h- oh alter Stein gerät medkit doch nicht mehr ohne ohne Munition hehehe leeres mit geht er hier ist das shotgun, jetzt hat die auch keine munition mehr, du Pinner ja das ist die die ich mal, achso, achso, da looten geht es auch noch rein ja eben man, der loot ist mal, oh noch mehr shotgun, wie schön ernsthaft hier? ja man, ich muss Sachen zerreißen, um das Zeug aufzunehmen so zerreißen, zerreißen, wir bauen diese Runde schon wieder sau viel scheiße, wir werden gewinnen ja man, wie das letzte mal, als wir scheiße bauen, da haben wir nämlich fast gewonnen aber wir sind zumindest weit gekommen, ja wir sind weit gekommen, das stimmt boah, ey, das ärgert mich so, dass die Runde jetzt auch weg ist, ey, die war so geil wir haben echt nur scheiße die ganze Zeit gemacht, aber wir haben halt nur kacke gemacht und waren dann halt unter den Top 10, weil die scheiß, nein, 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 nein Top 10, wir waren Platz 5 Boim! Hier ist doch! du jetzt alles gekriegt hast! Ich hab extra, ich hab extra zu Dauersperm auf alle Scheiße gemacht! Nein ich hab extra, ich muss halt Sachen rauswerfen, weil ich keinen Platz mehr hatte. Ich nicht. Ja, ich weiß. Übrigens hören, falls du eine Makeshift einmal willst. Hier ist eine, hab mir eine richtige Rüstung holen. Wow. Warte, ich craft grad, ich hab noch mega viel. Nein, hier ist doch einer. Nein, ich craft grad Feldmann da schon. Ich hab jetzt schon wieder über 40 Stück. Ne, über 40 Stück. Ja. Hier ist eine Cyber. Ja, doch nicht. Puh. Na komm ey. Hey, hier gibt's noch ein. Oh ne AR. Oh ne Munition. Ey komm Alter, gib mir jetzt die Sche... Oh ne Shotgun. Alter hier ist alles. Ja dann gib mir mal was man, du bist viel besser equipped als ich. Ja ich weiß. So hier, scheiß auf Pistole. Ich brauch jetzt AR Muni. Was denn, du 14 Schuss du Penner. Gib mir jetzt AR Muni. Ich hab zufälligerweise 106 AR Schüsse. Ja natürlich, komm du kriegst wieder die AK Scheiße und dafür gibst du jetzt AR Schüsse. Du musst wieder Sachen zerreißen. Hey als ob du jetzt, als ob du jetzt auf die scheiß Ding Schüsse abgesteckt hast du Penner. Okay warte ich leg hier. Gibt's hier was hin. Alter du hast so viel mehr als ich. Ja. Ihr kriegst Vakages. Ich brauch kein... Ich brauch kein... Ich brauch kein... Warte ich kraft halbieren. Als ob die grad eins entworfen. Du kannst die auch halbieren. Achso. Jetzt seh ich's erst. Hey das sind doch... Als ob das die richtigen Geschosse wären. Hey sind das jetzt... Oh. Scheiß drauf. Das sind nur Nups. Willst du mir jetzt mal was abgeben? Ja warte. Die Scheiße kann man nicht löschen. Da muss man erst runter drücken. Übrigens ne... Warte mal. Ne das machen wir mal kurz anders. Guck mal du kriegst von... 40. Ich dachte mir schon. Warte fuck. Was ist das für ein Drecksback alter? Alles klar. Fuck. Ich heil mich mal kurz. Ich hab vorhin extra nachgeguckt. Ich dachte mir so... Ja cool. Die sind glaub ich noch drin. Wo ist die Scheiße da? Wo ist die Scheiße da? Wo ist die Scheiße da? Und trex ein Gewinn. Ja Mann. Ne wo ist die Scheiße da? Wo ist die Scheiße da? Und welche Richtung müssen wir denn? Wir hätten... Wir sind glaub ich alle grad einmal im Kreis gelaufen. Keine Ahnung. Ich glaub Südost wieder. Safe. Wo bist du? Ja Südosten. Alter. Boah. Das wäre so witzig wenn wir das gewinnen würden. Ich würde das sonst wirklich... Alter ich wäre schon bei 54 von dem Ding... Ja du bist schon wieder raus. Boah. Wow. Wobei wir sollten noch ein bisschen weiter nach Südosten rennen vorher. Das Gras kommt bald wieder hier hin. Alter. Da in diesen Coffeeshop. Äh nein du bist... Nein Südost ist doch hier links. Ja aber der Coffeeshop ist genau aus Südosten. Wow. Äh lass lieber... Kann man hier rein gehen? Wir werden von irgendeiner Seite gleich mit Baller liegt sehen. Ne man. Lass hier vorne rein gehen. In Burger King oder wie? Nee. The Second Stop Shop. The Second Stop Shop. The Second Stop Shop. Ja. Lass uns einfach beide hier rein stellen. Ich will gerade am überlegen macht Blutstellungsmittel ist das von hier? Insta hier? The Second Stop Shop. 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 Naja aber ist mal... Ist halt... Also du hörst auch... Das ist komplett voll glaube ich. Sagst du nicht? Weiß ich nicht. Sehen wir da. Soll ich einfach mal alles drauf. Okay ich mach jetzt nur... Ich mach jetzt nur von den Dingern ne? So ich hab jetzt keine Mad Kids mehr. Nur noch Blutstellungsmittel. supersport. Die Tür ist draußen. Die Tür ist draußen? Ich nehm die Tür raus, würde ich sie. bleiben kurz. Aber kurz zu flashet. Putter. Pack den. Pack deine Waffe deine Hand! Boom! Hahaha! Was? Pack eine Waffe deiner Hand, BOOM! Was? Was siehst du da? Hahaha! Echt, einfach so ein pferdes Bett geht an der Tür, ob die wir die ganze Zeit gucken wirst. Ja. Okay. Einfach. Falls ja jemand rauskommt, der kriegt direkt auf die Klaus, außer bei der Splittergranate rein, bei dem Fall der Martin. Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab drei Molotovs. Alter! Ich will Action! Gehst du jetzt da raus? Soll ich, wenn da jemand reinkommt, zuerst einen Molli werfen oder schießen? Glaubst du? Ich hab gleich eh wieder im Bereich. Wie sollen wir raus? Ich find das scheiße, dass es immer so... Soll wir raus? Soll wir raus? Ahhhh... Du kennst das Gas! Lass in die andere Richtung gucken, was das Gas macht. Und da vorne kommt das ja. Gas ist Reising? Muss man bald da sein, ne? Ja. Und das Gas kommt. Darfste? Ja. Du siehst es doch! Ja, aber kommt das in unsere Gebäude? Ja, natürlich! Guck doch mal auf Tab, wie weit das ist, wo es kommt. Das ist voll weit schon. Auf mehr zu fücheln. Nimm mal alles easy. Das kommt hier nicht rein. Kommt hier safe nicht rein. Das siehst du? Alles easy. Wow, Alter. Oh wow! Okay, alles klar. Alles klar. Jetzt willst du wieder reingehen willst. Stimmt aus. Ja. Es vergegen wieder an der Lauf. Mein Aim mit dem Spiel ist jetzt auch wieder richtig schlecht. Ich war mal zwischendurch gar nicht so schlecht wieder, ja. Aber mittlerweile. Aber ich spiele schon wieder. War mal schaust du mit dem Aim mit dem Spiel? Weil das Aim hier ist total broken. Ja. Das ist es auch. Aber da konnte ich zwischendurch ein bisschen was. Aber das ist jetzt schon so lange, ja. Herr Würfelchen. Jump! Soll. Easy. Wow, ein Damage. Stein, mach mir jetzt erst mal nach. Hahaha! Wow! Hättest du auch 360 machen müssen, oder? 180. Oh, ja, lass wieder reingehen. Okay, warte. Ne, ich mach jetzt 180. Easy! Boah, wir werden jetzt Slomacom gewinnen. Äh, trägst du dich in ein Auto? Ich hab nur eins gehört, keins gesehen. Also, alles easy. Lass einfach weiter rennen. Bist du Ost, Süd-Ost oder Süd-Ost-Ost? Äh, egal. Beta. Alter, willst du wirklich auf so ein drecks offenes Feld? Was sollen wir machen? Guck mal die Map an. Das ist alles auf dem offenen Feld. Ja schon, aber dort ist Wald. Ey, wo? Ja, rennen wir doch jetzt wieder rein. Wo? Hä? Ich fokuse. Rennen wir doch wieder rein. Ne, ich war auf der Map. Ja, wo ist das? Ja, Osterwald! Wo ist er? Aber ich meinte, sobald wir in... Was ist das? 7... G7 sind, müssen wir eigentlich fast fast safe sein, eigentlich. Wenn wir von dieser Ecke auch kommen. G7 ist von aus unserer Richtung komplett safe. Und wir sind schon G6. Heißt, wir müssen jetzt mehr südlich. Also Süd-Süd-Ost. Oder aber Süd. Alter. Hm? Und hier ist die Tank... Oh, diese Tankstelle, ich hasse die. Vor allem, weil ich nicht checken, wie man da tanken kann. Ne, also nicht, weil man wirklich tanken kann, aber wenn ich checke, was da eine Tankstelle sein soll. Die ist weiter hinten. Das hier ist doch keine Tankstelle. Nee, das ist da vorne, meine ich. Keiner? Hier war ich nämlich schonmal, als ich dann Platz 3 oder 4 geworden bin und einen gekillt hab. Dann ist ein richtiger Profi. Ja, Mann. Vielleicht war ich da auch einfach nur Platz 100 oder so weit. Das glaub ich auch. Kann ich alles sagen. Not Unpossible. Da hinten ist die Tank. Na, guck mal, G7. Wir sind safe. Und so gut die Nase. Genau hier stand ich nämlich auch. Und da ist plötzlich alles links und rechts von mir. So. Mit Schüssen voll. Weil hier hab ich mein Auto abgestellt, genau. Gerade wo ich hier stehe. Ey, da wird's geschossen. Süd-Ost-Ost. Süd-Ost-Ost-Ost-Osts. Der�每este mal sollte man die City abchecken oder zumindest drauf gucken. Wird auf mich geschossen? Ah ne, dann wird man das shup hören. was in dem einschlägt 18 und trotzdem sind es so wenig ja das ist geil so sicherheitsbereiche auf der karte markiert ist ja wie sie sind wir da ich habe keine ahnung ja er stimmt in den tankstelle straßen vor wir sind ganz genau dran und die mit dir also ganz im ernst und ich kann nur in zeit person zu zielen im spiel das person ist die waffe viel zu groß wenn ich habe leger schiss als ich noch von unseren beziehungsweise links von dir die richtung siehst du es dann stimme auf hallo das ist auf jeden fall jemand ja jetzt ist er im wald scheiß drauf ich habe geschossen ich nicht tatsächlich sind wir hier im sehr guten bereich sagt stein es sagt nicht so viel wir müssen eigentlich im ganz guten bereich sein tatsächlich ja leg dich einfach hin dann sehen sie dich nicht wie ging das z neigen blockiert z wieder eine blume wir werden jetzt einfach gewinnen durchs nicht auftauchen dann wird dann wir werden wahrscheinlich als erstes am gas sterben die gegner tauchen die gegner geben einfach rauf sieg durch die aufgabe sieg durch niederlage sieg durch niederlage sieg durch niederlage sieg durch niederlage ich muss ja auch hinter dem felsen neigen blockiert wie langsam man nach hinten kriechen kann das geht auch nur in jedem spiel 2 cm pro millisekunde das wäre ja voll viel 2 cm pro stunde wir müssen uns jetzt mal dahin mann ja ich weiß nein mein internet ist gleich weg ich weiß 60 sekunden jetzt müssen wir mal rein und lass mich tschüss ja ok komm ich mit nein im Wald sind die alle soll ich die runde für uns heulen nein lass das mal zu tanken damit sie auf dem ballon wir uns dann verstecken können und dann mal richtig krasser brauchen können ok zu glück bist du vorgeraten und ich habe nicht hingeguckt alles klar so danke ich bin versteckt als ob das jetzt die tanke ist wo ist denn die tanke so weit in die richtung ja wir gehen hier hin da ist ein auto auf dem berg ja ich will er hat mich safe keine ahnung ob es gesehen hat oder nicht ich hab ne idee wir machen einfach ich hock mich nein nicht automatisch halt ich hock mich hier hin du hockst dich dort und du beschützt meinen rücken und ich scheiß auf deine rücken ok gut ok gut ok alter kann da mal jemand hier sterben das gas verbreitet sich in die lagerhalle können wir nicht da ist jemand safe drinnen auf der anderen seite von diesem container ist ein ist so ein wagen können wir da rein ein auto hast du du meinst ein links wagen ja könnte gut sein kann aber auch scheiße ich würde gerne was probieren kann man die vielleicht das fenster einschlagen ich würde vielleicht ein boli dann rauswerfen mit platz von moni rauszuwerfen wenn da jemand hier rein wirft das verbreitet sich da oben ist jemand beim gas da oben ist jemand sollen wir den abschließen der weiß wo wir sind ja nein lass ihn den anderen rein erst mal vor sie verraten darfst du jetzt besser darfst du jetzt nicht zu nördlich wobei noch das ist nicht zu nördlich der da way okay der lag da ich hab den gekillt BOOM ja ich kann wo erst mal nur noch vier leute leben mit uns ich kann jetzt etwas last zerstören Ah Profi okay alter ich habe 100 hp damage bekommen ja genau pass auf wir haben richtig krasser zaubertrick das war wow ich habe keine armonie mehr also falls nicht ich war irgendwo molly hinwerfen auf der straße guck sie an ist safe nicht safe auf der straße nördlich direkt auf der grenze zu g6 wir haben noch 40 minuten zeit auf mich gerade geschossen 40 minuten nach 40 minuten alles klar statt weil hier sind wir safe hier sind wir richtig sind wir mega mit mir gleich mit dem gas sobald viel weiter wir sind auf jeden fall selbst noch im gas man es doch im gas glaubst du glaubst stimmt genau drinnen weil ich glaube ich auch richtung südosten ist nämlich die tanke dort ist die tanke ich weiß das problem ist weiß nicht ob wir genug nördlich sind an die 6 da kommt weil doch ein bisschen nahe an die 6 hier und wissen ob die ausgestimmte bei uns sind hinter uns jetzt schießen wir uns die im wald nicht auto fährt da vorne über straße direkt am gas entlang die im wald nicht auf jeden fall müssen wir aber auch irgendwann mal raus kommen ich sehe sie sind dort okay nicht so viel damit da kommt jemand mit dem quad halt ich bereit bei der ecke wo ich bin doch bei der ecke wo ich bin alter wie nah das gas hier ist er muss ja drin sein oder solchen modi reinwerfen ja der ist hier in welche richtung links von mir links von der tür schaden macht gar kein das war richtig scheiße ich wurde von draußen geschossen und muss dann reingehen das 30 das heißt der der alleine gegen das letzte team ich weiß wie viele noch gelebt haben oder dem auto weil da hat keiner raus geschossen ja aber was der auf dich geschossen hat und der da drinnen waren mit er glaubst du ja gut das könnte sein natürlich ja ja dann würde ich sagen dass das war so eine folge heute weiter so besonders bis jetzt tschüss